Was ist das Urteil über das Essen mit links? Ist das eine Sünde oder nicht? Manche sehen das als verboten und manche sehen das als unbelebtige Geschwister. Und richtig ist, ein Muslim darf nicht mit links essen. Weil der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, als er ein Mann Essen gesehen hat mit links, dann sagte er zu ihm, kul bi aminik. Die Überlieferung ist bei ihm ein Muslim. So sagte dieser Mann zu ihm, ich kann nicht. Arrogan, so sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, du sollst es nie wieder können. Der Überlieferer sagt, wallahi, dieser Mann hat nie wieder seine rechte Hand hochheben können. Hat nie wieder was? Seine rechte Hand hochheben können. Das bedeutet, liebe Geschwister, es ist verboten mit links zu essen. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, isst mit rechts, denn wer isst mit links? Der Schaitan. Der Schaitan ist mit links, deswegen isst mit rechts. Wallahu alaihi wa sallam, das ist nicht erlaubt mit links zu essen. Naja. ... ... ...